ach du bist der da also von mir rechts glaube ich ist das ein bot erschreckt mich so wir sind wir sind da ich gehe voran ich folge ich folge den today was markiert also ich habe den bot gefolgt der top klingt ich habe auch gesagt hacken hacken hatte ich habe das getroffen ich habe es getroffen danke du gehst gerade vor dem wissen wir was noch hier hinten gott das entfernten dinger aber ich gehe nicht mehr vor wo kann ich ja meine munition sehen dreckiger bastard hat er schießt nicht macht wie voll nervös ok wir rennen weit jetzt war was übersehen aus kann das hacken nur so einfach weil die sache ist die wenn du mir den ganzen klaus dann brauchst du dich nicht beschweren hallo andy redest du mit mir entschuldigung ich wusste nicht dass es geht wenn du machst ich wehre mich ich habe 28 leben hier hast du gesundheit er ist verrückt geworden ja ich helfe dir auch ich habe dir geholfen ich habe dein leben gerettet ja dann hättest du mir ich hatte angst gehabt dass du dich beerdest du bist dass du dich wärst blatt nach ich kann ich dich nachladen wir sind beide tot ich brauche munition ich brauche munition hat dir geholfen bist du ja fertig wie dann dauert das bei mir ist alles heile geht wieder sehr schön dann bist du nicht mehr zu gebrauchen ohne scheiß du und ich sind das schlechteste team was man sich vorstellen kann ja ich wusste nicht dass das geht du schieb mich am boden bin die tür ist geöffnet jetzt müsst ihr alle hierher dann haben wir es geschafft wenn wir da im kreis sind ich helfe dir zuerst ich hoffe es vorbei ist ich habe nicht keine munition mehr doch noch ein bisschen einen schuss habe ich noch jetzt ist vorbei jetzt habe ich gar keine muss ich habe noch ein messer ich habe es gemacht ande nämlich gut das sag ich dir nicht ich bin einfach ein genie ja tut mir leid dass ich versuche zu helfen ja es tut mir leid dass ich kein guter team player bin habe ich trotzdem gute arbeit gemacht ok ok ich bin nicht nutzlos obwohl ich keine munition habe hä wer ist der fünfte von ach hier ok hä wer ist der fünfte von also wie ich das gemacht habe ok machst du ne kannst du mir sagen was ich eingeben muss ja ja der befehl ist curry hast du curry eingeben hä nein wir müssen key unterstrich black du musst ja ok du machst du es curry und danach gibst du key black 1 curry aber egal mach wie du willst der befehl ist key unterstrich black unterstrich 696 mach wie du willst mach wie du willst mach wie du willst dann hör einfach nicht auf dich ist ok ich schreibe mal query einfach query ok ja manchmal kannst du auch auf mich hören ich glaube dass du curry und das danach einfach leer taste machen kannst man kann keine genau so wie ich sagte einfach so auf mich hören einfach auf mich hören ich habe trotzdem keine munition wettelmuck ist nichts gut ich habe keine munition ich habe ein messer bewege ich bei mir grad nicht ich kann die gerade warte mal wie spielst du hat die spiel gefallen ja schon könnte cool sein mir nicht guck mal ich bin langweilig ja ich spielst abgestoß wenn ich sag guck mal alter die ist alles voll mit den dingern und die da läuft auf alter sie aus wie die ein kind kriegen das ist kimmy barely los ihr kind kommt der steller gib her Niklas ich gebe das spiel dann zurück oder ich würde es gerne spielen weiter mit